So, liebe Salatfreunde, heute gibt es einen Insalata al Berrobello. Eine Gurke schneide ich in dünne Scheiben, die Gastkoch Udo auf den Teller verteilt. Dann schneide ich eine blaue Zwiebel in möglichst dünne Scheiben. Die werden auch auf den Gurken verteilt. Dünn aufgeschnittener Ziegenkäse darüber. Alternativ kann es Parmesan sein. Ein paar schwarze Oliven. Ein paar gehackte Kapernbeeren da drauf. Da ist das Vignarrett drüber. Und fertig.